Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Das ist der Fall. Ja. Und? Vector? Was steht jetzt an? Also, bevor ich hier reingezogen wurde, hab ich an einer Art, äh, Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh, mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ach, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er portugiesisch? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das genickt. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... ...beide Seiten zufriedenstellen. Na, das... Das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... ...letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, äh... Perfekt. Euer Ernst? Nein. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du, das Richtige. Rufen Sie mich an. Wird gemacht. Hi. Hi. Du... Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Oh, nein, nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Ach. Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Ach. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel. Habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jamison nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder. Wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein. Hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Meine Augenkoordination ist viel besser. Ich könnte. Echt. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas vorgeben. Eins bis zehn. Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr elf. Elf. Okay, Ben. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das. Okay. Schön. Bin dabei. Was für ein Ende, meine Lieben. Was für ein Ende. Spektakulär. Ja, an dieser Stelle, meine Lieben, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch verabschieden. Ganz herzlich bei euch natürlich bedanken. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Ja, also ich bin immer noch ganz hingerissen. Deswegen habe ich auch so wenig wie möglich in dieses Spiel reingeredet, weil es einfach ein wahnsinns Happy End, ein wahnsinns Schluss ist. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit euch. Ihr wart dabei, ihr wart dran. Ihr habt geliked, ihr habt Comments da geliked, und es war wirklich ein tolles Let's Play. Und ja, da hätte ich gerne noch mehr von. Aber so tolle Spiele gibt es natürlich nicht ganz so viel. Uncharted 4, eine Hausnummer, eine, ja, ein Wahnsinn, kann ich nicht anders sagen. Das ist wirklich ein tolles Spiel, nicht umsonst. Das Spiel 2015, ja, 2016, nee, 15 nicht, 2016. Und für mich auch gleich 2017 auch mit reingerutscht. Ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen oder vielleicht auch ein bisschen mehr gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Let's Play. Und eventuell spiele ich auch noch den Epilog hier, der im Anschluss dann noch folgt. Wollen wir mal schauen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst sehr bald wieder. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein. Bis dann. Macht's gut. Und ciao.